Sie empfehlen? Das kostenlose Girokonto der Sparda-Bank, weil es ohne Mindesteingang auskommt. Hallo und grüß Gott! Sie sind wieder da? Wie schön! Herzlich willkommen zu unserer NZ-Klickparade, die heute ein wenig anders laufen wird. Wir werden heute einem Ressort etwas weiter die Türen öffnen, denn wir sind sehr stolz auf unsere hohen Klickzahlen in diesem Ressort. Sie haben richtig vermutet, es ist der Sport. Fünf Klick-Hits aus dem Sport werden wir heute vorstellen und ich räume deshalb diesen Sitz nur ganz, ganz kurz für meinen Kollegen Florian Pühlmann. Was liegt näher, als im Sport über ein Thema zu sprechen, das in Nürnberg schon einer Weltanschauung gleicht? Der Klub, diese Mischung aus Kunst und Krempel, dieser Rekordabsteiger, der es als bisher einzige Mannschaft im deutschen Profifußball geschafft hat, als amtierender Deutscher Meister und Pokalsieger abzusteigen. Ruhe kehrt am Pfalzener Weiher wohl nie ein, wie der jüngste verbale Ausfall des Präsidenten Michael Arod gezeigt hat. Für die NZ beim Klub am Ball ist Stefania Blonka und den möchte ich hiermit begrüßen. Stefan, muss man selbst als neutraler Berichterstatter derzeit mit dem Klub mitleiden? Also prinzipiell muss man immer ein Stück mit dem Klub mitleiden, das gehört quasi als Tradition mit dazu, wenn man mit diesem Verein zu tun hat, als Fan, als Berichterstatter, egal wie. Emotionen gehört auf jeden Fall dazu, ja. Beim jüngsten Ausfall hat der Präsident gesagt, waren ja wieder die bösen Medien schuld, er fühlte sich falsch zitiert. Das Altersstazen eines despotischen Präsidenten ist rot, bei allen Verdienstungen seiner Person, ist der überhaupt noch tragbar? Also ich denke, er hat sich natürlich damit keinen Gefallen getan mit diesen Aussagen und er hat natürlich auch darunter zu leiden, intern noch viel mehr als es in der Öffentlichkeit jetzt dasteht. Denn so richtig ernst nehmen kann man ihn jetzt wohl nicht mehr. Aber ich denke, man ist mit seinen Verdiensten, also er hat große Verdienste um diesen Verein und man würde ihm auch das gestatten, sich hin und wieder zu Wort zu melden und würde ihn auf keinen Fall momentan noch absiegen. Und momentan, da kann noch einiges kommen. Kommen wir zum Sportlichen. Der Klub hat jetzt in Ingolstadt gewonnen. Ist damit schon der Umschwung geschafft? Also man steigt nicht mit einem Spiel auf, man steigt auch nicht mit einem Spiel ab. Ich denke, es sind drei Punkte, drei wichtige Punkte zu diesem Zeitpunkt. Man kann ein bisschen was davon ableiten. Die Aufstellung hat ganz anders ausgesehen als zuletzt. Da hat er drei neue Spieler reingebracht, Michael Oening, der Trainer. Und von daher kann man schon sagen, es ist eine leichte Trendwende zu erkennen. Man muss aber jetzt abwarten, ob diese jungen Spieler diese Leistung an der Neue zeigen können, wie gegen Ingolstadt und gegen Fürth. Da herrschen sowieso ganz andere Derby-Regeln. Derby ist ja Pokal, ist ja wie Pokal, eigene Gesetze hat er ja ganz bekanntlich. Kann man das irgendwie erklären, diese Rivalität? Oder es ist ja fast schon keine Rivalität mehr. Es ist ja schon Hass zwischen den beiden Fangruppierungen. Zwei Vereine, die unmittelbar nebeneinander liegen, Nachbarn sind, aber doch so weit auseinander sind. Wie ist für dich diese Rivalität, sagen wir jetzt hiermit, erklärbar? Also ich würde einfach nur sagen, man möchte sich voneinander abgrenzen, obwohl man eben nahe zusammen wohnt, eben aufgrund der orthografischen Dinge. Aber als Hass würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Gerade in den letzten Jahren hat man eher weniger das Gefühl gehabt, aufgrund der Tatsache natürlich auch, dass es weniger Derbys gab, dass da jetzt nicht unbedingt Hass im Spiel sein muss. Aber natürlich ist es ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Jede Mannschaft möchte gewinnen. Und ich kann mich nur lange zurückerinnern, Edgar Gehnen hatte, glaube ich mal, die große Feindschaft noch aufs Papier gebracht und hat da mit seinen Äußerungen dazu beigetragen, dass es wirklich ein Stück weit Hass war. Aber in den vergangenen Jahren, denke ich, ist man wirklich auch normal damit umgegangen und hat das auf das Sportliche reduziert. Zum Sportlichen, ich lasse dich natürlich nicht ohne einen Tipp gehen, Stefan. Wie geht es aus? Also ich würde sagen, schiedlich, friedlich, 1 zu 1. Der 1. FC Nürnberg hat momentan größere Probleme als Fürth. Fürth ist schon mehr als Mannschaft gereift, hat auch mit Charles Taggi einen super Torjäger in seinen Reihen. Von daher müssen wir damit rechnen, dass Fürth kein einfacher Gegner sein wird. Und mit einem 1 zu 1, glaube ich, können beide Parteien gut leben. Ich danke dir für deinen Besuch. Merci. Und wir kommen zu Themen, die im Sport sonst noch bewegten. Boxen. Wer noch nicht wusste, was ein Leberhaken ist, soll mal bei Luan Krasnitschi nachfragen. Das hat selbst im Fernsehen noch wehgetan. An dieser Volltreffer des weißrussischen Riesen, der sämtliche WM-Hoffnungen des Wahlschwaben mit einem Schlag zunichte machte. Autsch. Schiedsrichter. Da haben sich die Herren Manager zusammengesetzt dieser Tage, um über die Herren in schwarz zu sprechen. Oder besser, über den pfleglichen Umgang mit den Pfeifenmännern. Weil die fühlten sich in letzter Zeit etwas belästigt von Spielern wie Trainern. Früher war das auch schon so, sagt Bayerns reichster Metzgermeister Uli Hoeneß. Nur wären da nicht 150 Kameras bei jedem Spiel gewesen. Wieder mal ein sinniger Einwand aus der Landeshauptstadt. Eistigers. No money, no goals, soll ein Nürnberger Spieler die 1 zu 5 Pleite in Köln kommentiert haben. Zu Deutsch, Geld schießt also doch Tore. Sagen die Profis, die ein Dreivierteljahr lang der Hartplastikscheibe hinterher sausen, danach Arbeitslosengeld kassieren und im nächsten Jahr wieder bei einem anderen Klub anheuern. Der Oberdomteur der Nürnberger Raubkätzlein hat jetzt die Nase voll. Ich zahle nicht alles, soll Günter Hertel zu den Lohnforderungen der söldnernden Spieler gesagt haben. Ob das Minus in der Kasse tatsächlich jahreszeitenabhängig ist oder ob daraus eine chronische Geldgrippe wird, muss abgewartet werden, verlautet aus dem Umfeld der Nürnberger Kufenkratzer. Teuflisch. 6 zu 0 hatte der 1. FC Kaiserslautern jüngst den FC Hansa Rostock abserviert. Die hatten zuvor den Trainer gefeuert. Nachwuchskoordinator Juri Schlünz sprang ein und musste hilflos mit ansehen, wie das Team von der Ostsee Schiffbruch erlitt. Zum Glück hat er den Spruch nicht mehr gehört, den ihm FCK-Trainer Milan Sasic mit auf den Weg gab, als Schlünz vorzeigte die Pressekonferenz nach dem Spielverlies, um den letzten Flieger gegen Rostock zu erwischen. Sasic sagte, bei mir ist es noch viel schlimmer, auf mich wartet meine Frau. In diesem Sinne, liebe Freunde des Sports, bis demnächst. Danke Flo, toll so ein Fachmann, nicht wahr? Wir sehen uns hoffentlich wieder nächste Woche in uralter Frische zur NZ-Klickparade. Bis dahin vergessen Sie nicht die NZ auf Papier, bringen Sie Ihr Hintergrundwissen auf Vordermann und bleiben Sie neugierig. Tschüss!